So Leute, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Das war's. So Leute, jetzt werden wir die 30km schoß machen. Oh, jetzt hab ich die Kamera zu fünschen. Oh Leute, das ist zu warm, es wird ruhig. So, wir sind wieder anzupassen. So, wir sind wieder anzupassen. So, wir sind wieder anzupassen. So, ich bin wieder anzupassen. So, wir sind wieder anzupassen. Der Ball war doch. Oh, sorry Leute, aber er war im Netz. jetzt werden wir prozent schießen also prozent schien geht er mal hatte trifft sind 100 unter der latte sind 90 rechter winkel linker winkel sind 90 und wenn man ganz flach schießt zum beispiel so fünf wenn man ganz klar schießt oder neben trifft sind es null mit die sind 50 50 bis 80 ja wir haben die 85 erreicht und drei fucking versuche ok Vielen Dank.